So, heute aus Pirna bei Dresden, witzig, heute aus Pirna bei Dresden, da legen wir heute Kabel in die Decke, gibt auch ein Smart Home, da ist die erste Decke gelegt, die Filigrandecke, da kommen jetzt Kabel mit Rohren rein für die ganze Beleuchtung und man da dann Technik und reinkommt. Da legen wir gleich mal los. Jetzt sind wir hier auf der Decke, das ist eine sogenannte Filigrandecke, das heißt von unten ist Tischbeton, die werden hier draufgelegt, hier gucken die ganzen Eisen raus, hier kommen noch Matten drüber und da wird die Decke aufbetoniert und die ganzen Kästen hier, das sind die Deckenspots und da ziehe ich jetzt von Spot zu Spot, raumweise, da vorne gibt es so einen Schlitz, wo der Schaltschrank drunter kommt, ziehe ich jetzt erstmal die normale Stromversorgung, dann die Datenleitung, wir bohren nachher noch die Bewegungsmelder durch und was sonst noch hier reinkommt, wie die ganzen RAF-Stores und WLAN-Access-Points, das sind die ganzen Dinger, die man auch noch bohren müssen. Ja, das kriegen wir schon hin und werden jetzt mal weitermachen. Wegstrahlender Sonnenschein. So, wo ist Kabel? Kabel, Kabel. Nachhalt ist halt immer irgendwo hängen. Mal über die Eisen raus gucken. Ich habe unten die Trommel aufgebaut auf dem Abroller. Tue ich erstmal die weit entferntesten machen. So, mal den Stutzen aufmachen, da sind so angegossene Stutzen dran, wo man den Schlauch reinstecken kann. Direkt hier wieder vorm Eisen. Das ist blöd, aber das kriegen wir schon da rein. Musst du wohl auch reingehen, du Rohr. Wenn das nachher im Betonieren rausrutscht hat, wäre schlecht. So, Deckel auf. Ich habe mir alle die großen Deckel von den Dosen aufgeklappt. Die mache ich dann zu, wenn die fertig sind. Dass ich wirklich weiß, dass ich keines vergessen habe. Was man natürlich jetzt hier wissen muss, ist, welcher Raum ist wo drunter. Deshalb habe ich, sag ich mal, bei einem Gespräch vorhin mit dem Kunden, mir die Räume gemerkt im Kopf, dass ich weiß, welcher Raum ist welcher. Damit ich ja richtig beschrifte. Dass wir nicht, sag ich mal, die Raumzuordnung falsch haben. Noch mal Kabel nachziehen. Nachziehen. Alles klar, dass irgendwo hängen bleibt. Und es hängt wieder an irgendeinem Eisen. Ich habe jetzt hier Ölflex 7x15 bei den Spots, wir brauchen davon zwar nur zwei Drähte von den sieben, aber da haben wir alle Möglichkeiten offen, da kann man immer noch was nachrüsten, andere Leuchten einbauen. So, jetzt haben wir das als Schlafzimmer, das ist drin mit Zuleitung, jetzt kommt die Ankleide. So, jetzt kommt die Ankleide. So, jetzt kommt die Ankleide. So, jetzt kommt die Ankleide. Bis zum nächsten Mal. 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 rot, grün, blau und dann warm weiß als separaten Kanal. Dabei brauchen wir natürlich fünf Drähte, deshalb auch ein 7 x 1,5. Bei fast jedem Kabel ist ja ein grün-gelber dabei, die wollen wir dafür nicht mitbrauchen. So, jetzt haben wir die alle hochgebunden, jetzt tun wir noch die restlichen Melder noch machen und Datenkabel, dann haben wir es geschafft, hier hinten wo die ganzen Dosen zu sind, das ist schon mal ein Kreis von dem Loxone Tribus, da sind jetzt mit Meldern zusammen 30 Stück habe ich das drin, da machen wir auf jeden Fall ein bisschen Reserve noch drin, da lassen wir die 30 auch und machen davon einen separaten Kreis, dann haben wir immer noch genug Puffer, wenn man was nachrüsten will. So, jetzt müssen wir noch hier die Raffstorkabel in den Raffstorkasten rein kriegen, dass wir die, dass die oben betonieren können und nachher die, machen wir die Stecker da drauf und schließen den Raffstor an. So, bohren wir mal hier ein Loch durch. Das ist mir die Aluschiene unten drin, wo der eingehängt wird, der hakt schon mal. So, aufwickeln. So, aufwickeln. Musik So, jetzt haben wir es geschafft, es ist auch gleich dunkel, war sehr anstrengend, aber hat Spaß gemacht, jetzt haben alle Kabel drin, ich habe unten nochmal geguckt, ob alles hängt, alle Melder, alle Rappstores, ob alles da ist, alles hat gepasst, die Kabel sind hochgehängt, noch ein paar für die, die Fragen haben, der Schlauch hier, das ist FFKOS-EM-F Schlauch, der ist betonfest, das heißt, Sie können mit der Rundelflasche hier reinfallen, im Schlauch passiert nichts, man kann immer nochmal ein Kabel durchschieben, der ist innen relativ glatt, man kann natürlich auch Betonkabel nehmen oder NYY, ist ja auch für Beton geeignet, aber hier kann man immer was nachziehen, wenn man Kabel zu kurz oder kaputt ist oder was austauschen gegen neuere Technik, ist ein perfekter Schlauch dafür, kostet entsprechend ein bisschen mehr, aber der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Und dann an Kabel haben wir ja zu den Spots haben wir über 7x15 gelegt, Ölflex, dass wir auch alle Möglichkeiten für später offen haben, dann haben wir das Netzwerkkabel, also CAT7 Kabel, ist für die Spots, für die Ansteuerung vom Triebus und für die Melder, da konnte ich hier überall durch verbinden, heißt, von den Dosen aus, zu den Meldern, überall das Kabel legen, weil das ja alles der Triebus ist, sowohl bei den Spots als auch bei den Meldern, da brauch ich halt eben nicht mehr endlos viele Kabel hier vorne hinzulegen für die einzelnen Melder und Spots, ich kann die verbinden. Da habe ich mal Gruppen gebildet, zum Beispiel, da hinten waren ja zum Beispiel 30 Stück an einem, hier vorne sind es etwas weniger, und dann manche Räume, wie zum Beispiel hier, der Heizungsraum oder der Technikraum, das ist nur warmweiß, da habe ich keine Drehspots, kommen da rein, da kommen normale warmweiße Spots rein, mit dem her kommen wir in den Schaltschrank, da brauchen wir die etwas teurere Varianten nicht. Ja, und hier haben wir die Leerrohre für die beiden Wallendächer, für die Dachböden, wo wir dann Accesspoint reinmachen, Beleuchtung, Satellitenschlüssel, die aufs Dach kommt, da haben wir alle Möglichkeiten und Endschalter an die Dachluke. Ja, und die beiden Kabel, die ja rechts und links raushängen, die sind für den Dachüberstand, Beleuchtung und Melder. Ja, sonst an Kabeln haben wir ja, was haben wir gezogen, genau, und für die Rappstores haben wir gelegt, Nymph 5x15, da mache ich dann Stecker drauf, von den Rappstores und Hirschmann Kupplungen, das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Aber das haben wir alles geschafft, jetzt geht es nach Hause. Längere Fahrt jetzt, knapp 6,5, 7 Stunden werde ich noch nicht fahren, aber ich werde auf der Autobahn auf jeden Fall mal ein bisschen pennen. Na ja, ich hoffe es hat euch gefallen, vielen Dank fürs Zugucken und für die Neuen, die es sehen, abonnieren nicht vergessen, es kommen noch viele spannende Videos. Danke, gute Nacht, macht's gut, ciao. Danke. 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 Danke.